ARD Text im Auftrag von Funk Bad Jumptelei Ja, klar, was du singst, Alter. I built this town from dust. Ah, jetzt habe ich diesen Jump, kriege ich den Jump nicht mehr, ne? Kannst du auch Doppeljumpen. Was? Wannst du Doppeljumpen? Ja, danach nicht. Mach hier, guck, YOLO, ja? YOLO. Einfach durchjumpen. Da ist doch YOLO. Ja, whatever. Nein. YOLO! Swag! Oh, Alter. Nein, ich muss doch hier irgendwie die Aufnahmezeit etwas in die Länge ziehen. Ja, die Map ist noch lang genug, Tobi, also so ist es nicht. Die nächste Challenge ist auf ein paar fiese lange Sprünge. Aber ich glaube, die gehen auf Kanzahl, ne? Die jumpt jetzt schon, Alter. Nein, 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 nein. Kannst du alle auch ohne Spinnen hätte machen, oder? Ja, kannst du auch. Die kannst du alle doublejumpen. Also von daher, die kannst du wirklich alle ohne Spinnen machen. Jetzt, du Schweine. Und ich könnte nicht... Das würde ich ja nie im Leben machen. Ich bin mir nicht mal sicher, wer gerade wird. Das ist ein guter Zogen. Alter. Du hast ja nicht im Endeffekt und dann in den Griff, Alter. Ach, Alter. Oh, Alter. Als war, da konnten die Stückchen kommen mit damit hoch, ey. Ich... 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 Ich musste noch einen hinterher setzen, Alter. Jetzt kann ich nicht mit einem Sitzen... Was mache ich hier... Wie kannst du denn... Ah, Gott! Keine ... Geil, so voll der Leiter springen, sich einmal 36 Grad drehen und auf den Boden landen, let's das? Dann musst du noch 360 YOLO. Ach ja, 360 YOLO. 360 YOLO. Am besten machen wir das. Ich hab... Ich stand auch noch da oben. What the fuck? Weiß man schon was müssen wir machen, Alter. 3-6-D-YOLO. Auf jeden Fall. Ich hab's geschafft sogar oben zu landen. 2-6-YOLO. Loy. Weißt du 3-6-D? Keine Ahnung. Und nochmal. 2-6-YOLO. Ah yes. Ich hab jetzt eben schon. Dupser. YOLO. Ich glaube nicht, dass das ne gute Idee ist bei den neuen Gems. Ja, klar. Das ist YOLO. Voll swaglicious. Du kriegst gleich eine mit, ey. Das war's dann aber auch. Was machst du? Nö. Ernstlich, ich krieg den Job nicht mehr. Ich weiß, was hier geht. The fuck? Aber wie gesagt, in der Luft... Sprinten und wieder an die Leiter gehen, oder? Ja. Äh, wie war ich grad ein bisschen? Ähm... Das hat keiner gesehen? Nein, natürlich nicht. Guck mal, mein Handy blinkt sich schon blau. Ich glaub, das... Das soll mir irgendwas sagen. Attropos Handy. Ich glaub irgendwie mal... Wo weiß ich... Warte das noch? Ah. Na, ich geh mal meinen Handy aufladen gerade. Kurz an die Handy-Aufladestation. Handy-Aufladestation ist behindert. Ah, ist er wieder da. Wieder da raus, denn ne kleine Taki-Man. Da. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Please... Don't AFK if you're the only one who's jumping. Ich glaub, er wird da gehen. Ne, bist voll, würd ich sagen. Ja, bist voll. Ja, bist voll. Na, ist voll, ist okay. Ja. Das heißt nicht, dass du bist voll da unten rumsteck. Warte, nein, ich muss doch noch zu Ende schreiben. Ich hab ein kleines Befehlenes und meine Mama hat gesagt, ich bin etwas besonderes. Ja, ist noch. Ach, ist noch ein. Warte. Na, Chris, wie geht's dir so? Schuh. 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 Wie viel Raum ist das hier eigentlich schon? Das ist der vierte, oder? Naja, von was? Ja. Von dieser Challenge. Genau. Wir hatten die Bäume, wir hatten das Feuer, wir hatten den Sand. Ja, das ist alles. Das ist alles. Ja, das ist alle eine Challenge. Das zählt ja nicht. Zeig jetzt nicht, dass er behindert ist. Ach, ich dachte, dein Map zu beleidigen, das ist ja auch nicht so gut. Das war Skilch. Das ist Skilch. Geschafft. Das war der Dieselantrieb, du kannst. Na, ich hab dich schliegen gesehen, okay? Ja, kann ich gerne. Ich hab dich schliegen gesehen. Wo ist noch mein Mikro? Ein bisschen mehr, wenn ich... Nein, da... Warte. Was hast du gerade gesagt? Mein Mikrofasch abschiedet sich immer so. Ein bisschen. Pass an, Gotti, ich muss mein Mikro ein bisschen wehren. Ja. Hat dir wie so die Vorstellungen von dir und dem Mikro in deinem Arsch? Meine Vorstellungen waren nicht sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Zerziehen. Da, ne? Da, 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 da. So, brauch ich einen Viererjump hier, ne? Einen Viererjump von der Leiter weg. Und den hab ich gemacht, ohne Spinnweben zu benutzen. Eigentlich schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Vielleicht kann ich den ins Gesicht klopfen, Lukas. Klopf, klopf. Und sammelt einen Stuhl. Geil. Das ist ja voll geil. Da, wie immer? Okay, da, wie immer. Ja, soll ich euch wirklich mehr erzählen, Lukas? Willst du das? Warum lach eigentlich Chris ganz alleine? Chris, lass uns an deinem Spaß teilhaben. Außer wenn du gerade Spaß wieder selber hast, dann wollen wir daran müssen. Ja. Lass sich das nicht aus. Ach. 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 Ach, okay. Da hab ich auch mal einen Spaß dran. Juhu. Na, das mach ich ja. Ui. Ist schon voll, hm? Ach, ne, wahrальное, ich finde estás baum. Hm… Mein Goooaad… Hast man schon ziemlich… Mein Finger juckt. Ziemal an meinen Finger. Jahrhä, warum können's noch eigentlich in der Woche sein und die Woche am Wochenende? Wie… Das ist… ...w assume… Hä? Was labert ihr? Ja, schau. Das ist halt alles für euch. Was, was hab ich noch mal gesagt? Nur damit ich noch mal weiß, was du gesagt hast. Dass du es selber nicht mehr weißt. Das ist... sprich für dich. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Wochen... äh... das... äh... Wäre cool, wenn das Wochenende in der Woche wäre, oder? Ja, okay, ich weiß, was ihr meint, aber ja hier morgen... Nein, ich meine halt, dass wir 5 Tage Wochenende haben, 2 Tage Arbeitssitz... Ja, würde ich unterschreiben. Ja, dann kann ich 5 Tage hintereinander feiern. Ja, toller Plan. Ich glaub, ich nehm mir die Woche jetzt hart frei, ey. Die Woche? Ja. Ich hab, glaub ich, genug Überstunden... äh, Überstunde, ne? Ja, eine Woche... eine Woche für ein Sohn. Nee, nicht um ne ganze Woche auf der Packheit, also so viel arbeite ich jetzt auch nicht. Wir wollen's ja jetzt nicht übertreiben, ne? Das soll ja irgendwie... ...lautwörtig rüberkommen. Ne, ich glaub, ich kann mir jetzt 2 Tage frei nehmen. Okay, gut. Weil der da, der Freitag frei ist. Freitag ist eh frei. Ah, du kannst das... Freitag heißt ausschlafen, ne? Naja. Oder Feiern gehen. Also... ...ein Scherz. Ich kann mal gucken, wenn ich irgendwie das hinbekomme. Wie sieht jetzt eigentlich dein... äh... ...dein... ...Stundenplan aus? Ich bin... ...relativ früh dienstags wieder da, glaub ich. Und relativ früh, äh... ...freitags wieder da. Freitags war es jetzt relativ früh wieder da. Wobei ich sagen muss, dass ich diesen Dienstag auch schon nicht sonderlich früh da bin, weil ich noch, äh... ...so ein... so ein Mentoring-Programm da mitmache. Und der geht von 60 bis 20 Uhr ein, ja, Alter. Oha. Da komm ich immer nach Hause. Was heißt das? Mentoring-Programm? Meinst du denn aus dem zweiten... ...Jahr zum Beispiel was und... Jaja, genau. Die erläutern dann, auf was man achten muss, welche Infos man sich einladen hat. Jaja, also wo die ganzen... ...die ganzen College-Partys sind und... ...was die geile Viber-Daten haben. Das... Ja, die Viber weiß ich nicht ganz genau, aber... ...welche Viber-Partys da wäre. Wird bestimmt auch drauf eingegangen. Jaja. Wird 100% auch drauf eingegangen. Dann kannst du einfach mich einladen und... ...ich geh dann für dich hin. ...vertrete dich. Ja, auf jeden Fall. Nicht, danke. Und, äh... Und, es gibt... Ich glaube, es gibt, äh, hier Punkte für... ...für das Mentoring-Programm. Ist mehr oder weniger der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum ich da überhaupt mitmache. Ähm, meinst du jetzt Punkte für deine, klar? Oder für deinen... Äh, für... Ach, okay. Ja, stimmt, was ist besser. Guck, der Düsenantrieb funktioniert einfach eben mehr wieder. Oh, ja. Ich glaube, jetzt die nächste Challenge ist richtig easy. Und mit richtig easy meine ich richtig easy. Wenn wir da länger als 5 Minuten dran hocken, dann ist Toki schuld. Ja, aber... Easy. Das sind... Das sind schon lange Sprünge teilweise. Und überdeckte... Ja, aber du... Aber du kannst die alle double jumpen. Es ist immer ein einfacher Jump, ein langer. Also alle durchspringen. Ja. Lass durchspringen. Oh, das ist fett. Oh, das ist fett. Oh, Gott. Das hat doch wieder schlechte Ideen gebracht. Das ist theoretisch immer ein leichter. Ein leichter? Dann lange, ja. Ja, richtig. Also, also beim Rausspringen schwinden sie uns nicht so klug. Hört ich mir so, äh... Ach, das ist 2 Minuten, Toki. So lange noch, hm. Oh Mann, ich war so gut am Anfang. Und jetzt ist meine ganze... Mein ganzer Elam hier draußen. Ah, das geht. Das ist ein bisschen was. Ein Tief, Toki. Ein Tief. Ja, oder? Ein Tief. Aha. Deine Mutter mag es ganz tief. Oh, yeah! Oh, yeah! High Five! Oh mein Gott, ey! Mit der... In der untersten Schublade war... Der war richtig gut, ey. Ja, er war richtig gut. Mit der flachen Hand ins Gesicht, ey. Immer wieder. Oh, ja. Oh, yeah. Tufi, du kennst dich aus, ne? Ja, ich weiß, was deiner Mutter gefällt. Easy. Ich will jetzt nicht von Christmutter anfangen, ne? Boah, da gab's noch letztens, kennt ihr die Seite... ...MadeMyDay von Facebook? Wahrscheinlich nicht. Doch? Stolp, stolp, stolp hat man aber zumal drüber. Ja, da gab's letztens ein Foto, was das saß. Ich glaub, da stand irgendwas mit, äh... ...hat mein Chef angerufen und hab gesagt, ich bin ans... äh... ans Bett gefesselt. Fragt der Chef, sind sie krank? Äh, sind sie krank? Meint er, nein, ich bin pervers. Verstehst du? Ja. Ja. Ich glaub, du bring ich auch mal. Ja. Bist du krank? Nein, ich bin pervers. Kann mir mit uns nachfragen... äh, glauben. Lalalalalalalalalalalalala Tuki. Warte. Von was war das denn da? Nananananananananananananananananana... DATMAN! Warte, blute Flatsch. Boah, was war denn das für ein Echo, irgendwo Fragen da? Hä? Ah ne, da ist wieder dieses komische Krascheln bei Tuki im Hintergrund. Was ist das so schön, Alter? Ah, und Tuki, letzter Versuch. Und letzter Versuch vorbei. Ja, spott mich mal hoch. Du spottest dich, und du bist gefällig, dass ich heiße Leiter. Hä? Ach so, das ist ein Leiter. Ah, das ist ein Bett. Das ist doch immer noch das gleiche Bett wie vor Ewigkeit. Na, egal. Da war ein Bett, Alter. So, krass, das geht um den Zweifel, ne? Also die AFK-Session ist mal wieder vorbei. Ja, gut, okay. Man muss grad gucken, wo ich grad vor allem am weitesten war. Das war echt gut. Ah leu, ich war so kurz vorm Ziel. Ich war hier. Hier bin ich beim ersten Mal gefällt, Lukas. Wo bist du gefällt? Ich stelle ich, glaube ich. Hier. Den? Den Spann hast du gefällt? Irgendwie schon, glaube ich. Aber wenn man da runterfällt, dann muss ich noch zwei Leben. Ja, ja. Sterben. Sterben ist nicht. Oh, den Jump hast du gefällt. Oh mein Gott, ey. Fertig halt wieder als erster? Oh mein Gott. Hättest du. Werf denn ist ein bisschen anstrengend? So. Iss fikt, alter. Ich musste meine Chancen an, was da reden. Ich fall ja auch von alleine runter, ja? Dann musst du doch nicht noch schlagen, ja? Wann ich nicht, wo ich da bin. Oh mein Gott! Alter. Ja, damit ich halt wieder 1er werde. Cane Spaß, war? Hätt ich, hätt ich nen Bogen, war? Aberδήribleö sealing gar nicht. Ja dann bist du unten am Bett, herzlichen Glückwunsch! Ja, Wölfen. Wölfen. Wusstet und so. Okay. Mal jetzt. Hallo. Das war ziemlich genial. Ich werde da eingeschlafen. Hallo, Mama? Okay, ich bin durch. Hier ist es. Luka hat's vorgesagt, ich muss das als erstes machen. Ja, du kannst es noch als letztes machen. Das ist jetzt auch wieder fertig. Oh, snap! Da hätte Chris fast den Peter gemacht. So, jetzt warten wir wieder auf einen bestimmten. Chris ist schon mal vorgegangen. Ja, jetzt kommt noch ein ganz lustiges. Ich habe Angst. Aber ich gucke Toki noch so. Ja, so fair. Ja. Ja, so fair, Toki. Wenn du bis 5 nach hast... Ja, das geht. Ich werde mir immer noch benachteilen. Ja, ich spüre immer noch die Auswirkungen. Guck, du hast gerade gesehen, die Leuchten und die Storben. What the hell? Du hast halt auch keiner von Leuchten bekommen. Mal hin dem Link wieder so verführerisch. Ich bin ein Arschdruck im Arsch. Ja, ja. Ich habe extra so ein rotes Leuchten eingestellt. Ich bin ein wenig scheiße, weil das darf ich mich immer so... Das ist halt echt nicht mehr... Oh mein Gott, das war... Wo hast du denn hin geaimt, wenn man mal fragen darf? Ich hab's auch nicht. An die hinterste Ecke, wo ging oder was? Ja, Lukas, sonst wär's zu einfach, ja? Ihr nehmt halt die einfache Route. Ich mach's halt etwas spannender für unsere Zuschauer. Ach so. Spannender nennt so das. Ja, klar. Ja. Ich dachte, du ziehst das Ganze nur wieder. Den will ich jeweils nicht double jumpen. Mit dem Sprung, wenn du leider double jump hast. Welchen. Wo du runtergefallen bist. Ja. Willst du dann einfach gesprayt abspringen? Ja, das ist doch nicht mal wirklich ein langer Sprung. Den kannst du einfach normal springen. Ja, jetzt darf ja. Ah, ich bin davor immer gefaillt, Alter. Weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich ja auch voll auf die Double Jump einfach gemacht und bin dann einfach drüber... Oh, Leute, weil ich das überhaupt mal scheiße. Ja, das ist doch richtig. Ja, ich wollte eigentlich durchjumpen. Ja, ich weiß. Das ist aber Schwachsinn. Ja, aber Schwachsinn ist ja nicht. Da kannst du jetzt wieder... Da kannst du jetzt wieder durchjumpen. Bis halt zu der nächsten Plattform. Das ist Double Jump. Ja, ja. Double Jump boasts über mich. So. Das kannst du Double Jump. Theoretisch. Ja.